Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Ace of Space Ace of Space Mit einem, ja, einen Verrückten, einen Verrückten namens Killer Keks, der mich heute begleitet In die Schlacht gegen einen, na Ja, wie man schon gesehen hat, er mag es vom Häusern zu fallen Wo bist du jetzt? Ich hab ihn grad umgebracht, ich bin grad in der Nähe vom Leuchtturm Und er fällt schon wieder runter, was ist mit ihm los? Kein Plan Und nochmal? Jetzt hat er schon Punkte minus 400 Das macht ihm wahrscheinlich Spaß Komm, das machen wir auch mal, hui Ich hab keinen Bock grad eben, ich such ihn grad eben Alter, der fällt schon wieder? Alter, wo fällt er denn die ganze Zeit? Ich seh ihn grad, grad eben wie er die ganze Zeit versucht Die Treppe runterzugehen und dann runterfällt Ernsthaft? Ja Ach, da bist du Guck, da Da Und ab und zu Komm Kommt der mal so da raus und schon fällt er dann runter Da ist er doch So, ist er weg Komm, rein Rein hier Aua Okay, let's take him down Boah, diese Aber da springt er wieder rund Also wenn der, wisse ich, dass wir Dass wir uns grad so lustig machen, also Ja Er wollte ja nicht mit skypen Nee Dann, dann sieht er sich hinterher bei YouTube Ja Komm mit hoch Könnt ihr bitte den Turm kaputt machen? Nein Nein Nein, 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 nein Hatten wir gar nicht vor Ich grab mich hier bloß grad hoch Uiii, Wasser Das ist praktisch, dass man von unserem Turm einfach ins Wasser springen kann Und Und macht's Und macht's ja Spaß im Wasser Ja, ja Ja, ist schön kühl Also wenn du ins Wasser reinfällst, dann bist du nicht tot, ne? Nein, durchaus Ich weiß Magic Ja, durchaus Richtig krass, sowas Aha Ey, du Penner Hast ihm einen Kill weggenommen Weißt du ja Was hat der vor? Drei Familien da unten Hihihihi Jalappen Uh, du trisst mich nicht Du trisst mich nicht Fuck Ich glaub wir sollen den Turm abbauen, damit er nicht mal runterfallen kann Ich will auch mal Ja, dann komm doch Nochmal Springst du auch grad, oder was? Alter, was bin ich hier nur mit komischen Leuten zusammengekommen, also wirklich Okay, Spaß Ja, ja, ist klar Es ist doch bloß so, dass ich in einem der besten Clans der Welt bin, ne? Mhm, 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 ja klar Aua! Grandi, geh mal weg Und Du Ghandi hier Verrecke Gandalf Ich hab den Oh Da nicht getroffen Ja, ich bin, hab grad Steine getroffen Steine? Hm, unterwegs Im Fall Du hast Steine im Fall getroffen Ja, also, die waren nicht sehr freundlich zu mir Und haben sie auch Hallo zu dir gesagt? Wie gesagt, sie waren nicht sehr freundlich Sie sagten Klatsch Oh, wer, wer skypt mich denn jetzt schon wieder an? Und noch eine Nachricht Von wem? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ist mir auch grad ziemlich Sozusagen Okay Oh Weiz So, was? Das geht so Wir müssen den Gegner mit einem Schuss einen Headshot verpassen Das ist ziemlich, ziemlich lustig Äh Hä? Ja, ich glaub, du weißt, wie das geht, oder? Ja, das, äh Versuche ich doch die ganze Zeit Ja, aber Du hast nicht das passende Lied dazu Ich schon Was hörst du denn? Was hörst du denn? Hier, von Von Feed Me One Click Headshot So, hast jetzt ein bisschen Werbung gemacht, auch schön Fissi hat Stolz Ja, ich bin allerdings sehr stolz Ach du Scheiße Ach so Alter, was schießt ihr denn da die ganze Zeit ab? Oh Er, dich Er läuft Äh, wo ist er denn jetzt hin? Tu Immer da Dazubringen, dass er meine wunderschönen Minen reingeht Keine Ahnung, wo die sind Die sind am anderen Spacken Ende der Welt Yo Yo, Alter, was geht ab, Digga Yo, Alter, ich bin hinter dir Ja Ja, ich weiß Oh, er hat die Minen entdeckt, glaube ich Er hat sie entdeckt und in Luft gesprengt, oder was? Ja So ein Schwucht Was soll der denn sonst machen? Ach Mr. Snickers schreibt Mein Gott Muss, muss nachladen Bist du on? Äh, nein, 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 ich tue nur so Ich lad ihn mal mit ein Mein Gott Äh, wo So Ja Schöne Grüße Schöne Grüße Schöne Grüße Durchaus Geil Ey, ey, was ist das denn? Alter, wir laufen gerade sowas von aneinander vorbei Das geht ja gar nicht Geht doch Aua Was war das? Was? Bekanntschaft mit einer Banane gemacht Ach, nicht so wichtig Hä? Wieso ist der Raketentypi so langsam? Nein, nur der Spieler, der ihn spielt, ist langsam Nein, der Raketentypi an sich ist langsam Du musst doch viel lernen, meine Opa Joa, muss ich Aua Alter Nein, ich fall grad vom Haus hinten runter Boah Ganz knapp ins Wasser Oh nein, er legt schon wieder Okay, jetzt hat Jetzt hat reicht's mir Endgültig Ich nehme Ihn Wen? Den? Ihn Ach so, ach so, verstehe Jetzt ist er weg Sponkel, Sponkel Äh Alter, mit seiner Schrot ist er relativ gut Eine Frage Schneidest du das raus mit dem Karl Ausmachen? Äh Äh, nö Du bist ein Arschloch Aber grad schon gesagt, also man hätte es nicht gehört Wenn du meinst Wenn du meinst Wäre XD Uh, er kann schon XD schreiben Uhuhu, schön Ey, gleichzeitig Die letzte Runde, die war schon echt geil mit den Minen Ja Also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken Ey, ich hab da ne krasse Idee Hey, wir... beide nehmen jetzt mal... S... Den Sniper mit Niam... Mit Minen Ssss... Sniper? Ssss... Sniper? Ja I-Sgisss... Staa vidéos Ich muss erstmal ein paar Kills, hier weg techOL Und ich bereite schonmal a- du das du das ja ich spring schon mal sind die denn auch ich bin einer ganz falschen ecke also da 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 acht da sind die ich baue jetzt wieder so ein steig dachte schon stand nicht neben dir gerade eine er ist ja unpraktisch mein gott ich ich komme ja nicht raus ich komme nicht raus ich komme nicht raus willst du mich treu sein und wieder nach oben das ließ das so schönes lied eigentlich aber wirklich viel passieren in dem lied ist ja eigentlich nicht so der fall ja aber nicht zu lange laufen hinterher hinterher will die dass die gemma nicht äh ja das sagt mir jetzt voll viel was war das ein gilligilligillidi ich glaub ich spring noch von weiter oben hast du keine mien da unten oder was stumpi ist auch noch dabei stumpi ich springe sorry wenn ich das noch mal sage aber ich muss immer an struppi denken das sind echt zwei highpacks zwei highpacks willst du mich träumen okay warte ey ich wollte gerade drauf springen du fänner ich bin ein meter hoch geflogen also spektakulär also sowas hat die welt noch nicht gesehen ein waghalsiger sprung wo seid ihr wo seid ihr weiß ich nicht sind wir nicht eigentlich auf einem ganz anderen server spielen wir nicht auch eigentlich ein ganz anderes spiel ich bin aber gar nicht hinter dir her ich sehe dich ach grandi bitteschön das ist ja zu geil weißt du du triffst den von hier oben wer ist das denn ach das ist nicki ich springe genau auf deine wiener wenn ich treffe ja schön ich war auf dem baum boden klatschen ich war auf dem baum okay der glaubt mir das auch noch tschüss stumpi ah sneaky ist auch noch da tschüss oh dreifach kill das war ja grad einfach schießt er so wie ein bekloppter drauf aber du triffst nicht ist das nick aus ja da will ich treuen und er möchten sneakers was schicke min schicke min es aber sechs reichen schon aus für einen einzigen ordentlichen sprung das war nicht das war in oberen 1000 nein das waren sechs ich bin hallo ich treffe dich stuppi stuppi komm her stuppi stuppi getroffen snickers ist weg von der seite von der seite ich muss nach oben alte wie oft willst du es noch sagen ach nicht so schlimm so so ich muss mich jetzt den ganzen turm wieder hoch arbeiten weil da das einzige leben ist hier auf dem turm äh jo ich bin ein hörer bongo ist dir das schon mal aufgefallen ja hallo ey schon in der letzten aufnahme ey die sind echt der arsch ja ey wieso sind deine freunde so so gut dass ich sie nicht headshotten geben kann ja nee die sind nicht gut du bist einfach nur schlecht oder ich bin etwas außer der Übung hmmm glaube ich nicht das glaube ich eher was soll man denn bei boah bei diesem spiel üben also wirklich du bist auf dem Boden geklatscht hehehe hehehe du bist auf dem Boden geklatscht hehehe auf dem Boden auf dem Boden hehehe 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 alter die snipen uns aber grad hier aber hehehe hehehe wir springen runter und die kriegen uns in der Luft das ist schon ein bisschen unfair hier hehehe hehehe also das gibt's doch gar nicht ok jetzt wird ich aggressiv 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 hehehe 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 stumpel sag mal es eigentlich läser streuern aaaaah nein nicht nein oder hast du schon einen gesehen nope siehste alter ich tr... der be... der bewegt... der bewegt sich aber auch die ganze Zeit hehehe hehehe die... die... die gehen mir so oft die Eier hehehe das ist doch witzig hehehe 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 warte warte xdjob jo ich sprang mit tralalalalalalalalala tralalala tralalalalala tralalalalala halte hehehe ich fang... ich bin grad einfach vom spawn runter gefallen ich bin gespawnt und sofort gefallen schick 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 und nicht letzte minute äh in ace of spades ja und... und ich mach ein Selbstmord jo ich komm mit hab ein Selbstmord warte ich bau mal für dich paar Minen hin dann wird's nicht ganz so langweilig wird hier ok alter sind hier oben auf dem Turm keine Minen vorhanden ach was hehehe ja ach da lauf ich selber rein oh ich bin sogar geflogen schön schöne Sache schöne Sache oh 17 Sekunden 17 Sekunden feine Sache feine Sache ähm ey du stehst grad in mir ich seh nix warte mal kurz hui hehehe hehehe tschö hehehe hä du warst warte ja er stand neben dir ach du weißt ich hab die Auszeichnung gerne ha hehehe stimmt ja gar nicht ich hab auch eine du bist Banane-Banane-Ober-Opfer bei mir hehehe hehehe na dann das war eine wunderschöne Folge Ace of Spades wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder bis dahin tschau mit SCH willst du auch noch was sagen? no sag doch was wir sind noch in der Aufnahme echt? ok ja sag doch noch was schönes ok tschau